Hey Freunde, herzlich willkommen zurück bei Nier Automata. Wir haben das Tor zur Wüste erreicht und sollen da so ein paar Cybox killen. Das sind auch schon die Hauptdarsteller. Mal eben auf der Karte markieren, wo wir da hin müssen. Karte, 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 Karten, Symbole, aktuelles Ziel, markieren und raus hier. Jetzt habe ich auch direkt die Soundkulisse ein wenig angepasst. Neue Dramatik, neue Leiche. Okay, Morschen, viel Spaß. Eingestampft. Wie nervt man denn? Ah, komm mir runter. Ah, komm mir runter. Ja, macht immer wieder Bock. Aber ich will jetzt mal ein bisschen weiter kommen hier. Geht langsam blöde. Kannst immer an dem gleichen Ort hier aufhalten. Komm mal da rum. So, wei, wei. Mach keinen falschen Schritt. Mach mal ein Zahn zu, ja. Ach, mach mal. Ganz schön unfaire Aktionen von euch. Egal. Vorbruch. Nein, dich meine ich nicht, ich meine du die Kugel da. Ich glaube hier war das, wo der Typ, dieser Jackass, Türchen gesprengt hat. Ja. 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 Ah, falsch rum. Ich bin im Kreis gelaufen. Da ist die Wüste. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Das war jetzt schon gerade ganz schön heftig. Die, run, run, scary. Eliminium! Was ist das? Ja, oder Plattenbau. Der Access Point meldet sich. Das ist dann mein E-Mail-Konto. System. Zerg. 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 Znerg. So, genug gespielt, irgendwas haben wir hier in der Hütte, da kommen wir nicht rein, da ist alles rot, da haben wir... Jaaa.... Aber ich find die Musik schon fast... zu laut. Danke, gut. Höfliche Feinde. Hoffentlich schlecht. Oh, eine Autobahn ausmachen, was soll das hier sein. Vielleicht war es doch nur eine Werbetafel. Oh, komm. Scary. Krone. Stay back. Ow. 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 Everyone. Get. You. Oh, ow. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich bollschte mal ein bisschen. Schüss. Fuck. Was ist denn mit meinem Kollegen? Hat er erschiss? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Du stehst mit dem Wegkeule, da liegt doch noch ne Leiche. Ach, du leilige Scheiße. Sie haben keine Gefühle. Sie sind nur imitiertes Sprache. Wir holen sie. Feed mir Liebe, 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 Liebe. Ich werde das. Ich werde das. Ich werde das. Ich werde das. Ah! Scheiße, schwer gefreut! Spiel stopp! Das ist tot. Scheiße, die alte ist tot. Must run. Das ist ja jetzt blöd gelaufen. Ja, mal gucken, dass wir jetzt schnell zurück an die Stelle kommen, wo wir umgekommen sind. Sonst ist das ja alles ein bisschen blöd. Das ist ja schon. Das ist ja toll. 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 Das sieht auch mal richtig geil aus hier mit dem Nebel, die Sonne und dann die glühenden Sachen hier haben wollen. Völlig cool. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Da. Das sind ja toll. Scheiße. 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 Achso. Speicherpunkt. Da hatte ich mich wohl verlaufen. Ich habe gedacht, da werden Feinde, aber das ist ja der Speicherpunkt. Ich muss kurz mein Ziel verfolgen, Karte, Kartenmodus. Ich habe mich wohl verletzt. Achso. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein kurzer Prozess, so schnell kannst du gar nicht gucken. Das war's für heute. Was hat er denn für eine Säge? Das war's für heute. Wir sollen mal ein bisschen einigen. Mal nicht immer nur abhauen. Ja. Das gefällt mir nicht. Das war's für heute. Alter, ich hab ja gehört, dass man sich in der Wüste sehr gut verläuft, aber ich frage mich, wo der Cyborg seine Kraft hernimmt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja Leute, schon wieder tot. Ich würd sagen, wir sehen uns das nächste Mal in der Wüste. Also... Ich bin jetzt zu platt. There it goes! They don't get up! Ryan! Ryan! Musk! Ryan! Geht ihr mal wieder zurück in den Automaten und ich leg mich ins Bett. Ich hatte Nachtschicht und ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der Action. Ähm... Leider, leider. Zweimal drauf gegangen. Ist nicht mein Tag heute. Okay Leute, schaltet wieder ein. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao. So meine lieben Freunde. Das war's mal wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Daumen hoch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und hoffe, wir sehen uns bald wieder, hier auf Rocket Channel. Bis bald!